Clown darfst. Hab ich ehrlich gesagt auch nicht gelesen. Wow! RIP! Lebst du noch? Nein. Nein, ich bin down. Sorry. Ich bin down. Aber ich nicht mit Absicht. Alles cool, Feuerwehr rufen. Alter. Bist du down? Nee, ich leb noch. Ach du Arschloch! Barsam mal. Nein! Nein! Ja, ich hab vier, ich hab... Hä? Ich hab meine XP wieder? Nein, da ist Polizei! Da ist ein Polizist. Ich hab wieder meine Anzeige. Oder hast du 90, erst so eine 100 trinken? Der andere ist leider tot. Also ich hab die am Straßenrand gefunden. Nee, ich hab da gerade so ein Blumen aus Versehen mitgenommen. Sag, wir wollten die Karinus zurückbringen. Ja, super. Ja, kann ich verstehen. Nee, ich hab... Ich hab nichtmals ne Waffe dabei. Okay. Okay. Sag, dürfen die eigentlich verlauern, dass ich mich komplett nackt mache? Ja. Bei Verdacht, ja. Was ist jetzt? Ja, ich bin jetzt erstmal vorläufig festgenommen. Nooil. Und ich? Aber so unfreundlich. Da, dass ich mich so auf jeden Fall drauf Medalписierde Invite. Vielen Dank.